Hallo und herzlich willkommen bei MenschMesh. In meinem heutigen Affinity Designer Tutorial zeige ich euch, wie ihr einen Fahrradkettenpinsel erstellen könnt. Wir legen ein neues Dokument an in Full HD. Mit Command N erstelle ich ein neues Dokument. Bei mir ist das schon richtig eingestellt. Ich habe hier oben den Typ Web ausgewählt, Full HD Auflösung. Ich bleibe bei 72 dpi und sage OK. Als nächstes speichere ich mein Dokument mit dem Tastenkürzel Command Shift und S und lege es in den gewünschten Ordner. Das Dokument bezeichne ich mit Fahrradkettenpinsel und jetzt starten wir auch gleich. Ihr solltet darauf achten, dass ihr hier oben die magnetische Ausrichtung aktiviert habt. Ich habe außerdem noch hier die Pixelausrichtung erzwingen eingeschaltet. Mit 2xM, also der Taste M, beim ersten Mal schalte ich hier das Rechteckwerkzeug ein, beim zweiten Mal schalte ich das Ellipsenwerkzeug ein. Ich konstruiere zunächst einmal das Blech von einem Kettenglied. Und das mache ich zum größten Teil aus Radien. Ja, ich nehme dieses Werkzeug, gehe auf die Dokumentenmitte und zeichne jetzt von hier aus einen Kreis mit gedrückter Command- und Shift-Taste von 400 Pixeln. Wenn das nicht sofort einrastet auf 400, dann kann das an der Dokumentenauflösung liegen, an eurer Größe oder der Zoom-Stufe im Dokument oder auch an der Auflösung der Maus. Ich lasse das los. Jetzt hat das geklappt mit 400 Pixeln und diesen Kreis dupliziere ich sofort mit Command-J. Den einen Kreis möchte ich jetzt 250 Pixel nach links verschieben. Dazu ändere ich jetzt erstmal hier den Transformationsursprung. Der steht jetzt ja auf 960, also der Hälfte von Full HD in der Breite. Und hier ziehe ich jetzt 250 Pixel ab, minus 250. Den anderen Kreis verschiebe ich um plus 250. Der Transformationsursprung ist jetzt automatisch hier noch auf der Mitte. Deswegen kann ich jetzt direkt hier plus 250 schreiben. Jetzt muss man wissen, wie man den Bogen zwischen diesen beiden Kreisen konstruieren kann. Geometrisch korrekt. Und das funktioniert wie folgt. Diese beiden Kreise haben ja jetzt einen Radius von 200 Pixeln. Der Radius ist die Hälfte vom Durchmesser. Angenommen, ich möchte jetzt hier einen Radius haben von einem 300 Pixel Radiuskreis. Dann muss ich die 300 Pixel auf die 200 drauf rechnen und dann aus beiden Kreisen, die den gleichen Ursprung haben, die Schnittpunkte heraussuchen. Hört sich alles sehr theoretisch an. Ich mache es einfach mal vor. Ich erzeuge jetzt von dieser Ellipse ein Duplikat. Transformationsursprung ist nach wie vor in der Mitte. Ich rechne jetzt ein Radius von 200 Pixeln plus dem gewünschten Radius von 300 Pixeln. Macht 500 Pixel und das bedeutet für den Durchmesser 1000. Also mache ich hier jetzt 1000 raus. Vorher hätte ich aber besser die Seitenverhältnisse hier gesperrt. Dann macht er das nämlich für die Höhe gleich mit. Also nochmal zurück. Ich sperre erst die Seitenverhältnisse. Ändere das jetzt hier auf 1000 und unten macht er das automatisch mit. Die Füllfarbe stelle ich aus und die Konturfarbe kann ich ebenfalls deaktivieren. Für die zweite Ellipse oder den zweiten Kreis, den linken, mache ich das jetzt genauso. Ich erzeuge ein Duplikat mit Command J. Ändere hier den Durchmesser auf 1000. Lösche die Füllfarbe und die Konturfarbe und habe jetzt meine beiden Hilfskreise. Diese beiden Hilfskreise schneiden sich, wenn ich den jetzt mitmarkiere, mit gedrückter Command Taste. Wichtig hier auf den Namen klicken. Seht ihr hier die beiden Schnittpunkte. Dort und dort. Da mache ich jetzt folgendes. Ich nehme mir das Zeichenstiftwerkzeug. Ich mache das ja immer mit der Tastatur und drücke einfach P. Fahre mit der Maus auf den Schnittpunkt dieser beiden Kurven. Klicke dahin und zeichne jetzt von hier eine Raute zum nächsten Schnittpunkt. Hier auf den Kreis Mittelpunkt wieder und hier oben schließe ich diese Raute. Das reicht eigentlich schon. Jetzt kann ich nämlich anhand dieser Raute, mit der ich gleich eine Hilfskonstruktion mache. Ich möchte jetzt ja hier die Rundung abschneiden. Jetzt nehme ich mir wieder das Ellipsenwerkzeug mit 2xM. Die Raute kann ich deselektieren mit Escape. Jetzt gehe ich hier oben drauf auf diesen Schnittpunkt oder die Spitze der Raute, drücke Command Shift und zeichne jetzt einen Kreis mit einem Radius von 300 Pixeln. Das bedeutet einen Durchmesser von 600 Pixeln. Ich suche mir jetzt hier den Punkt. Da ist er, drücke Command und Shift und zeichne mir jetzt hier ebenfalls einen Kreis. Wie ihr gerade festgestellt habt, scheint Affinity ein Problem zu haben, wenn ich die Grenze des Dokuments überschreite und gleichzeitig im Dokument scrolle. Deswegen lasse ich jetzt einfach los. Ich habe zwar den Kreis nicht in der richtigen Größe, aber ich kann ja hier wieder über das Transformieren Panel einfach die Breite auf 600 stellen. Bei gesperrten Seitenverhältnissen bedeutet das, dass jetzt die Höhe auch gleich 600 ist und der Transformationsursprung liegt ja immer noch in der Mitte. So und dann habe ich hier schon den passenden Kreis erstellt. Jetzt kann ich die letzten drei Objekte einfach markieren und ich will ja jetzt die beiden oberen Objekte von dieser Kurve abziehen. Und das mache ich einfach, indem ich hier oben auf die Befehle gehe, subtrahiere und habe jetzt dieses Objekt dadurch erhalten. Dazu markiere ich mir jetzt noch die beiden Kreise mit der Füllung, mit gedrückter Command-Taste diese Ellipse und diese Ellipse und wieder über die Befehle, das sind ja bolsche Operationen, gehe ich jetzt hier auf Addieren oder hinzufügen. Und jetzt habe ich daraus ein Objekt gemacht und das sieht doch dem Fahrradkettenglied ziemlich ähnlich. Ich habe ja zum Glück noch meine beiden Hilfskreise. Ich brauche nämlich jetzt nochmal deren Mittelpunkte. Ich nehme mir jetzt wieder das Ellipsenwerkzeug mit 2xm und fahre jetzt hier in die Mitte von diesem Kreis. Dass ich jetzt hier Hilfslinien angezeigt bekomme, das liegt nur daran, dass ich die beiden Ellipsen, die ich ja als Hilfslinien angezeichnet habe, noch nicht gelöscht habe. Wenn ich die gelöscht hätte, würde ich nur noch diese Mittellinie angezeigt bekommen, aber nicht mehr diese Punkte, sondern nur noch die Mittellinie von dem Kettenglied selbst oder von diesem Blech des Kettengliedes. Ich gehe jetzt hier hin und zeichne hier jetzt nochmal einen Kreis mit gedrückter Command- und Shift-Taste. Dieser Kreis soll einen Durchmesser von 90 Pixeln haben. Dann mache ich von dem Kreis ein Duplikat mit Command-J und dieses Duplikat soll auf der x-Achse um 500 Pixel verschoben werden. Dann sitzt das nämlich genau auf der rechten Seite. Beide Kreise markiere ich jetzt mit gedrückter Command-Taste und füge denen ein Stil hinzu und zwar möchte ich hier mal so ein Metall-Look haben. Jetzt kann ich noch folgendes machen. Ich kann von diesen beiden Ellipsen nochmal ein Duplikat erzeugen. Bei beiden Duplikaten die Füllung ausschalten. Die Kontur möchte ich jetzt bei den Kopien stärker machen. So circa auf 8 Pixel, 7,5, 8, so um den Dreh. So. Und jetzt möchte ich nur aus der Kontur eine neue Form machen, also Ringe quasi erstellen. Und mit Command-Shift und E wandle ich die in Ringe um. Ich drücke mal V, dann kann man es besser erkennen. Und hier habt ihr jetzt einfach solche Ringe. Warum habe ich das gemacht? Weil ich jetzt aus diesen Ringen noch so eine Art Simmerring erstellen möchte, was so aussieht wie so eine Gummidichtung. Dazu lege ich auf die beiden Ringe einen 3D-Effekt. Ich schiebe mal das Fenster ein Stück zur Seite und zoome mal im Hintergrund ein Stück weiter in die Zeichnung rein. Und hier möchte ich jetzt über 3D einen leichten Effekt auf diese Ringe legen. Das möchte ich auch machen für die beiden Ellipsen. Mir reicht das, wenn ich eine sehe. Ich mache hier den 3D-Effekt an und möchte bei diesen Ellipsen jetzt so ein bisschen so eine Achse hervorstehen lassen, dass es so ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Ja, und für den Hintergrund bzw. für die Kurve selbst möchte ich das auch. Da möchte ich einfach nur diese 5 Pixel haben und das genügt mir schon. Ich gehe auf Schließen, zoome mal wieder in das Dokument rein und es sieht schon gar nicht schlecht aus. Auf die Kurve selbst mache ich jetzt noch einen Farbverlauf mit ein paar Grautönen. Dazu drücke ich das Tastenkürzel G. Dann habt ihr hier das Füllungwerkzeug eingeschaltet und jetzt kann ich mit dem Füllungwerkzeug einfach mal von hier links oder ich mache es mal so ein bisschen diagonal von hier nach hier rüber ziehen. Und ja, das gefällt mir schon recht gut. Es geht ja jetzt auch erst mal nur im Prinzip. Ich bringe jetzt hier noch so einen kleinen Schriftzug auf. Das sieht man ja auch manchmal auf so Markenfahrradketten. Dazu erstelle ich jetzt wieder von der Kurve selbst ein Duplikat mit Command-J und dann nehme ich das Textwerkzeug, Grafiktext, fahre hier auf den Pfad drauf und sobald ihr dieses T mit der Welle drunter habt, habe ich auch schon mal in einem meiner Quicktips erklärt, könnt ihr auf dem Pfad schreiben. So, und das möchte ich jetzt auch machen. Ich schreibe einfach nur drauf Made with Affinity Designer. Das Ganze möchte ich dann ein wenig größer haben. So vielleicht in dieser Größe und ich möchte auch den Anfang noch ein bisschen verändern, so dass das ein bisschen mittiger steht. Und jetzt nehme ich den ganzen Kurvenpfad, ziehe mir den hier in der Ebenenpalette in die Kurve rein und wenn ich den da drin habe, dann nehme ich das ganze Objekt. Ich gehe erstmal mit Escape wieder aus dem Textwerkzeug raus. So, jetzt klicke ich den einmal an und schiebe den dann einfach parallel verschoben, ein Stück nach oben. So, jetzt ändere ich noch die Füllfarbe von Schwarz auf Weiß und wenn ihr jetzt so ein Gravureffekt haben möchtet, ich zoome mal weiter rein, dann könnt ihr hier über die Ebeneneffekte, nehmen wir den 3D-Effekt weg, könnt ihr hier auf Kantenschleifen gehen und wenn ihr das einschaltet, dann bekommt ihr schon mal so einen Effekt, aber der sieht ja jetzt erhaben aus. Ich habe mir eher sowas vorgestellt, dass ich den als Relief angezeigt bekomme und dann müsst ihr hier bei Arzimut einfach mal minus 5% eingeben und hier gebt ihr 75 ein. Ich glaube, das sieht schon relativ gut aus. Jetzt sieht das immer noch erhaben aus, aber ich ändere jetzt noch mal den Ebeneneffekt auf Multiplizieren. Jetzt muss ich noch mal hier den Radius viel kleiner machen. Vielleicht sagen wir mal einen Pixel. So, ein bisschen kleiner und vor allen Dingen ein bisschen weiter reinzoomen. Jetzt muss ich noch mal schauen. Das, so wollte ich es haben. Made with Affinity Designer und das Ganze mit so einem Kantenschleifen oder Relief-Effekt. Hier oben den Typ auf Abrunden, Radius 1 Pixel, Arzimut Minus 5 Grad und Höhe 75 Grad. So, kann man jetzt noch mit rumspielen. Es soll nur mal ein Beispiel sein. Ich gehe wieder in die Vollansicht. Je nach Bildschirmauflösung sieht das dann vielleicht nicht ganz so toll aus, aber wenn ihr später benutzt in einem Dokument oder vielleicht auch in einem Druck, dann ist das Problem eigentlich schon außer Welt. Dann sieht das knackscharf aus. So, dieses Panel hier oder das Dialogfenster für die Ebeneneffekte schließe ich. Ich gehe mal hier überschließen. Und damit hätte ich jetzt quasi schon dieses Objekt fertig. Ich nehme jetzt die Kurve und erstelle von der Kurve nochmal zwei Duplikate. Mit Command J und beide Duplikate möchte ich jetzt noch mal nach links und rechts verschieben. Das mache ich wieder hier über das Transformieren Panel. Ich nehme jetzt die unteren. Ich fange mit dem hier an und sage, das soll 500 Pixel nach rechts verschoben werden. Also plus 500. Und auf der anderen Seite, dieses hier, möchte ich minus 500 nach links verschieben. Ja, und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Schritt. Ihr nehmt euch das Rechteckwerkzeug. Ihr könnt vorher auch deselektieren mit Escape. Dann nehmt ihr das Rechteckwerkzeug, fahrt hier auf die Mitte des linken Kettengliedes mit Hilfe der Hilfslinien oder der magnetischen Ausrichtung. Fangt in der Ecke an und zieht jetzt hier ein Rechteck auf, das, da ist es, 1000 Pixel breit ist und 400 Pixel hoch. Konturfarbe und Füllung ausstellen. Und jetzt wird alles, was ihr gezeichnet habt, bis auf eure Hilfslinien in das Rechteck geschoben. Jetzt könnt ihr schon sehr schön erkennen, das wird jetzt, wenn ich das von dieser Seite an diese Seite dran hefte, ein quasi Wiederholungspinsel. Ihr nehmt jetzt das Rechteck. Das müssen wir jetzt noch als PNG-Datei exportieren. Mit Command, Shift, Alt und S kommt ihr in den Exportieren-Dialog oder über das Menü Datei exportieren. Und ich möchte jetzt ganz wichtig hier als Bereich die Auswahl ohne Hintergrund exportieren. Das heißt, der weiße Hintergrund ist nachher transparent. Und die Transparenz funktioniert natürlich nur, wenn ihr hier ein PNG auswählt oder ein GIF. JPEG unterstützt keine Transparenzen. Ich gehe auf Exportieren, wähle meinen gewünschten Ordner aus. Ja, hier habe ich ja auch in diesem Ordner meine Datei abgelegt, meine Affinity-Datei. Und hier oben bietet er mir jetzt den Namen der Affinity-Datei mit der Dateinamenserweiterung an. Ich klicke auf Sichern und jetzt habe ich quasi schon mein Bild exportiert. In einem neuen Dokument zeige ich euch jetzt noch, wie ihr den Pinsel einrichtet. Der Pinsel ist dann natürlich global in der Brushes-Palette verfügbar. Die kann man auch einzeln exportieren. Ich mache mal ein neues Dokument mit Command N. Okay, dann gehe ich hier oben auf das Pinsel-Panel, sage dort über dieses kleine Panel-Menü neuer Bildpinsel mit Textur. Er fragt mich, wo ist denn dein Bild? Ich nehme mein Bild, klicke das doppelt an. Und wenn ihr jetzt mal in der Pinsel-Palette ganz nach unten scrollt, dann werdet ihr feststellen, hui, da ist ja schon eine Kette. Die anderen Ketten hier, die habe ich schon vor längerer Zeit mal erstellt. Und jetzt nehme ich mal diese hier unten und konfiguriere die noch. Das einzige, was ich hier noch machen möchte, ist sie als Wiederholungsobjekt einstellen. Und dann seht ihr schon, hier oben in der Vorschau, so wird der Pinsel fertig aussehen. Ich klicke auf Schließen. Ich zeichne jetzt mal ein Objekt, auch wieder von der Dokumentenmitte. Command-Shift und einen Kreis aufziehen, meinetwegen in 740 Pixel. Und jetzt weise ich diesem Objekt diese Kontur zu. Und damit habt ihr quasi schon einen Zahnkranz mit Kette ohne Zahnkranz. Ich kann die Füllfarbe hier noch ausstellen. Die Konturfarbe kann ich auch ausstellen. Und warum Zahnkranz? Ihr habt hier rechts in eurer Werkzeugpalette verschiedene Werkzeuge. Und hier seht ihr unter anderem auch ein Zahnrad. Und wenn ihr jetzt mal hier ein Zahnrad reinzeichnet, mit gedrückter Command und Shift-Taste, dann könnt ihr das Zahnrad natürlich so bauen, indem ihr hier die Anzahl der Zähne variiert. Ich gehe mal hier rauf und achte jetzt mal einfach nur so ein bisschen darauf, wie entwickelt sich das, wenn ich die Zähne erhöhe, sodass ich quasi immer zwischen den Gliedern ein Zahn habe. Ja, das passt schon gar nicht so schlecht mit 29. Na, 30 ist besser. Was macht er denn mit noch einem mehr? Das ist zu viel. Okay. Man kann jetzt noch wieder ein bisschen variieren, indem man die Konturstärke von der Ellipse verändert, weil dadurch ja die Kettenglieder kleiner werden und damit auch mehr. Und so kann man sich das entsprechend anpassen. Hier ist das ja noch ausgewählt und wenn ich jetzt mal auf die Kontur gehe, die 64 Punkte und ich verkleinere die, dann könnt ihr hier schon sehen, ich mache mal das Zahnrad mit Füllung. Nein, das war die Kontur. Die können wir ausmachen. Ich mache es mal einfach hier mit Füllung und ich suche mal ein bisschen weiter rein, schiebe das Zahnrad noch unter die Kette. Ja, und man kann hier schon sehr schön erkennen, dass das gar nicht so schlecht passt. Wenn man jetzt noch mal ein bisschen hier bei der Ellipse mit der Kontur spielt, das ändert sich natürlich gleich. Muss man ein bisschen größer wieder. Das sieht nicht schlecht aus. Das ist jetzt 60 Punkte oder sind jetzt 60 Punkte und hier im Zahnkranz könnt ihr jetzt natürlich noch Verfeinerungen vornehmen. Ihr könnt das hier den Innenkranz rauf und runter ziehen. Da müsst ihr jetzt hier ein Stück weiter drin liegen. Ihr könnt hinterher von dem Zahnkranz hier den Innenring vergrößern, könnt da noch ein Kreuz rein konstruieren und so könnt ihr euch dann zum Beispiel für ein Fahrrad, das ihr zeichnen wollt, selbst eine realistische Kette erzeugen. Natürlich hinten auch noch mit einem Ritzel. Und ja, es ist schon erstaunlich, was man mit Affinity Designer alles machen kann. Zu guter Letzt mache ich ja immer ganz gerne eine Vollansicht. Mit Tabulator werden die Werkzeuge ausgestellt. Mit Command 0 kann ich in das Dokument rein zoomen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben. Folgt mir auf YouTube oder auch, wenn ihr möchtet, auf Twitter, damit ihr keins meiner neuen Tutorials verpasst. Ich sage bis zum nächsten Mal bei Mensch Mesh. Bis zum nächsten Mal bei Mensch Mesh. Vielen Dank.